Kann ich sofort wieder neu laden? Ja, danke, dass ich schon wieder nicht da ist Ey, ich hab echt einen Krampf vom Drücken Vom... Vom Wichsen Machen wir mal kurz hier ein Safe Ganz ruhig Autsch Ganz ruhig Ganz ruhig drücken Ihr seid Assi-Fische Hä? Wie war der Stefan eigentlich? Hast du ne Ahnung? Boah, der ist auf jeden Fall mit den Sternlevel Ganz gut... Ah, danke Ganz gut weit gekommen Hm, ich glaub der ist bei den Sternlevel fast fertig Oder ist fertig Okay Ach man Ja, danke, dass ich hier weiterkomme Warum springe ich denn dagegen? Weiß ich nicht Hey, ich häng immer nur an der gleichen Stelle grad rum Da hängst du auch am Kopf Wow Das brauchst du mir nicht erzählen da den Kopf hängen Alter, was ist das denn jetzt? Darum geht das doch gar nicht, ihr Assi Ich muss bestimmt die Schildkritte mitnehmen Ja Du bist ein Assi-Flash Alter, das Spiel ist Assi gerade hier Ich weiß gar nicht, ob ich die Schildkritte mitnehmen muss oder nicht Nehmen sie mal erstmal nicht mit, oder? Mein kleiner sozialer Assi bist du Ach du Scheiße, da sind auch noch Blöcke in der Mitte Warte, fuck Scheiß die Wand an Du sollst nicht immer die Wand anscheißen Oder hast du schon deine ganze Bude so gekleistert? Ja, klar Ist billiger Oh man, das Auch nur der Geruch ist nicht so toll, ne? Ah, der verfliegt irgendwann Irgendwann ist das ausgedünstet Ab und zu tue ich dann wieder neu renovieren Ab und zu mal befeuchtest du das, dass der Geruch wieder kommt, ne? Ja Damit es ein bisschen wieder angenehm riecht Oh man Nein, ich muss diese Schildkritte mitnehmen Ob ich mir das Bild nicht vorstellen muss Ja, du stellst das immer Bild nicht vor gerne Scheiße, man muss die Schildkritte mitnehmen Ich krieg'n Hass, ich krieg'n Hass auf die Spiel Ach, wieso kriegst du jetzt denn wieder nach? Ich dachte, das läuft doch so super Ja, ich bin schon drei Stufen weitergekommen Ach, fick dich Nein Ich häng' jetzt bei diesen Dreiern immer Diese 414 Oh, die sind geil Die sind kacke Ah, danach kommt noch besser Aber ich schaff' das nicht zu den anderen runterzukommen Wieder Ach, schaffst du Ich glaub' an dich Ach, fick dich Ich glaub' ich hab's auch geschafft Aber das war vorher noch Das... Du bist immer so ausgerastet sonst Das war Weil ich aufgeholt habe Nein, ich hab' die Schildkritte weggekickt Ich Idiot Klingt nett Hast du eigentlich auch das andere ausprobiert, ob das funktioniert? Welches? Ich kann 64 immer noch Naja, funktioniert, aber nicht das Spiel Also nicht das Spiel Weiß ich doch nicht Der Mulatta funktioniert mir schon immer an Aber das Spiel nicht Im Multiplayer Hast du mal versucht, eine andere Version zu laden? Ja, ich hab' zwei Versionen Okay Einmal, weil ich mit... Weil ich Benjo nebenbei gezockt hab' Und ich wollte eigentlich Zelda-Socken Socken So wolltest du Zelda-Socken? Socken So wolltest du Zelda-Socken? So wolltest du Zelda-Socken? Werbung Werbung? Werbung? Ja, Werbung machen Für was? Für Zelda-Socken? Das neue Monster Das nicht in grün ist, sondern durchsichtig Hä? Durch mein Greenscreen Okay Ach man Ne scheiß Fische Durch mein Greenscreen ist das grüne Symbol durchsichtig, deswegen Kann man eigentlich die Schülkröte schießen und die bleibt an dem Fleck ne leere? Naja, aber das Kaiser, was wir grad spielen, ist ganz normal noch Gibt's dann viel schlimmer als Mario Ich weiß, dass... TGR Oder TGA Also Dass der Typ irgendwie in drei Jahren durch hatte dann Der... Der das gemacht hat So krank, ne? Konnte man sich nicht auf diesen... Knappdingern Auf drehen? Nein Auf den... Den... Pflanzen? Nein, nein Konntest den nicht drehen, nein Nein Auf den ganzen Kettensägen Kettensägen Steine Stimmt, du bist behindert Hey, warum springst du Bastard jetzt nicht? Jetzt Mario ist ein Arschloch Dim 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 Hallo 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 Ganz mit der Ruhe Ganz mit der Ruhe Ganz mit der Ruhe Ganz mit der Ruhe Oh, klatsch ich unter dem Stein und ich hätte fast ein Leben noch bekommen Das sieht ja echt gleich aus Das ist doch geil Nein Ganz mit der Ruhe Nein Ich bin runter gefallen Nein Nein Bobby war die Rückspültaste nochmal Bitte, bitte, bitte funktioniere die Ich hab die gar nicht Ich hab die gar nicht Ach scheiße Ich hab's geschafft Mit der Schülker drüber zu kommen Hast du nicht Doch Aber warum hab ich denn jetzt gespalten Aber warum hab ich denn jetzt geladen ey Vielleicht hat's noch geklappt Aber du behindert bist deswegen Ja Aber ist ja nichts Neues Nicht wegen anders Aber ist ja nichts Neues Das ist ja ganz normal Ja, besonders bei mir Ja Ja, bist du auch behindert Aber ich Ich schaff das auch zu laden Wenn ich direkt auf dem Da drauf bin Wo ich grad wenden wollte Ja, das ist richtig geil Irgendwie Weil du irgendwie die ganze Zeit runterfällst Und dann mit einmal aus Reflex drauf drückst So wie eben Ja Das war mein Problem auch So wie ich das eben auch schon wieder geschafft hab Wo kann denn der Ach, der schlapper ist da hinten Mach das schon wieder ab Mach das schon wieder ab Mach das behindert zu sein? Hör auf zu drücken wenn ich grad drauf bin Dass ich nochmal neu lade Das Level Danke, dass ich wieder unter dem Stein komme Wie können die Level nur so behindert sein? Ehrlich Behindert geil Ich schaff das einfach nicht Ich schaff das schon Darüber zu kommen Dass ich da durch diese Reihen durchkomme Aber ich schaff das nicht Dann auf den unteren runter zu kommen Oh, alle Blöcke sind rutschig Ich krieg ich einen Asthmaanfall Wie hast du das gemacht? Ähm Kurz vor allem Also ich Du musst schnell sein Dass du wirklich viel Zeit Beim umwechseln hast Na unten zu springen Nein! 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 Ich hab's geschafft ihm! Nein! Scheiße! Haha Aber sei froh Es wird nachher noch schwieriger Mit den zwei Pilzplattformen Du musst genau abteilen Dass du Ähm Zwischen den Pilzplattformen Zwischenspringen kannst Gut, das ist sehr lustig Was ich da grad gemacht hab Du hast bestimmt wieder Stinkelfänger gezeigt Nö Das hab ich vorhin schon Warum? Ach einfach nur so Von mich diese Level schon abkotzen wollen Die Level sind doch schön und fein Ja Sag mal jetzt nix Ey du Faggot Aber Wenigsten sind wir ja nicht so wie Stefan Und machen das in Slowmotion alles Ach in Slowmotion ey Was Slowmotion? Das sieht man in Reaktion wenn man das so macht Hat grad geklingelt Bin gleich wieder da Sorry Centus Centus Bei ihm hat die Tür geklingelt Tür geklingelt Tür geklingelt Du musst eigentlich so Werbepause einführen Weil der behindert ist Der hat bestimmt wieder sein Headset mitgenommen Aber nur gemutet Damit er wieder jeden Scheiß hören kann Und nicht laber Weil er so richtige Affe ist Ach man Fick die Schildkröte Scheiß doch drauf ey Kack die Wand an Jetzt ist Yolo Mode Jetzt ist Yolo Mode hier